Der McLaren P1, ein Hypercar ohne Kompromisse, entstand durch die Kombination des gesamten technischen Know-Hows der langen Renngeschichte McLarens. Die Technik wurde bei den Gewinnerwagen des Grand Prix abgeschaut. So ist neben dem Biturbo V8-Motor auch ein Elektromotor verbaut. Der McLaren P1, ein Elektromotor verbaut. Der McLaren P1, ein Hypercar ohne Kompromisse, entstand durch die Kombination des gesamten technischen Know-Hows der langen Renngeschichte McLarens. Die Technik wurde bei den Gewinnerwagen des Grand Prix abgeschaut. So ist neben dem Biturbo V8-Motor auch ein Elektromotor verbaut. So ist neben dem Biturbo V8-Motor auch der Technik? Der Zum Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020